Kick, 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 Kick The Groundshake Ja, das ist immer der zweite Versuch der f***t Weil da ist der Schwerträger schon mal irgendwo wo ihn keiner kriegt Also das ist auch, das finde ich vom Damage ja relativ knapp dass man ihn weg kriegen gell Das ist total beschissen Der ist relativ knapp was man ihn unterkriegt Der ist einfach zu overpowered das haben aber schon zigmal festgestellt Ich finde nur keine Munition mehr für einen schwarzen Hammer jetzt, also bis jetzt ging es, aber jetzt habe ich Null Schuss. Ja, ich 2. Oh, ich bin viel fast da. Ja, aber ich habe gerade auch keine schwere Muni und ich will mir jetzt nicht die 5 Minuten verkacken, aber da vorne liegt was. Schwere. Ich meinte ja auch, ich habe hier Munition für grüne Waffen getroffen gesehen gerade bei mir, auf der rechten Seite. So, ich habe noch 19 Schuss, dann habe ich überhaupt nichts mehr. Hau raus die Dinge, du kriegst mir nichts mit der Muni. Okay, ich bin komplett leer. Rechts ist erntereif. Ja, dann kann ich das mal machen. Oder auch nicht. Zu spät. Oder dann mal links. Links auch. Links auch. Warte, Nerven, lass mich mal. Nein, 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 nein. Was war denn jetzt gerade? Ja, das kam erst wieder schon in 2, 2, 3, 4. Aber wartet kurz, ich muss erst gerade die Sphäre noch aufsammeln, dass wenn ich... Alter Vater, jetzt bin ich bei mir auch. Bei mir ist alles voll. Alles wieder. Alles wieder. Acht. Ja, raus. Wenn du keine brauchst, ne, dann kriegst du sie unten an was. Ich glaube, ich habe jetzt auch 3 liegen gelassen oder so. Und ich habe sie alle 8 liegen gelassen. Du brauchst hier noch den Oberst. Er ist nach rechts gelatscht. Natürlich schieße ich zweimal daneben. Die Raketen alle nochmal nach links und nach rechts. und nach rechts abdrehen müssen, ne? Oh, ich habe nur einen schwarzen Hammer. Jetzt muss noch jemand mit auf die Rüte auf alle Bühne. Ich schieße weg. Ja, gut. Oh, passt. Gar keinen schwarzen Hammer mehr. Ich muss schon wieder mit Rockets auf den Vollschwertträger gehen. Ich nehme mal die Eisbrecher mit. Und wieder ein Galahorn tragen. Das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ne, die Galahorn ist einfach zu wertvoll. Boah, passt auf, wir kommen voll viel rein. Das ist bloß nicht zu uns. Ich schaue nämlich nach vorne. Ne, ne. Alles gut, alles gut. So, mal gucken, wo dieser scheiß Schwerträger rumlatscht. Oh, okay. Rechts könnte auch noch einer rein. Guck doch mal nach dem Schwer. So, Schwerträger kommt gerade erst raus. Links an der Treppe ist natürlich. Oder die bleibt eigentlich nach. Links. Nach rechts. Er ist nach rechts gelaufen. So, jetzt nach links. Nach die Mitte und nach links. Links bleibt er irgendwie immer hängen. Aber ich komme jetzt auch einfach nach vorne. Weil ich glaube, Krota... Jetzt ist er Mitte. Jetzt ist er rechts. Jetzt ist er wieder rechts. Der scheint wieder seine Runde zu machen. Ne, jetzt bleibt er rechts. Okay. Krota, kriegt das Laufen. Ja, raus. Wo ist er? Ja, ich habe bloß keine Bissee, der drüben ist. Rechts. Oh. Ich sehe ihn nicht. Rechts hinter dem Felsen. Ich habe ihn jetzt nur mit der Arquete getroffen. Jo. Da ist er. Stowned. Achtung, Krota. Schieß, glaube ich. Ne, schieß doch nicht. Limit. 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 Okay. Alles gut. Steht der anderen neben mir. Musst du mal kurz zur Synthese reinhauen? Was passen? Unten ist ein Sprenger. Ach, ums. Ist weg. Sorry. Okay. Ich habe zur Synthese reinkaut. Ich kann. Sonst hauen wir uns hier gleich in der Fresse. Wo geht's? So bin ich. Bisschen stehst du hier neben mir. Ah ja, pass bloß auf mit deinem Raketenwerfer. Ich gehe mal lieber ein bisschen weg von dir. Wo, Oga? Nein, schieß lieber. Ich bin nicht mehr. Er ist schon weg. Jo. Der Oga ist tot und es explodiert noch zehnmal im Nachhinein. Oga. Kann mir noch einer eine Wabbel, der noch eine Seere macht, dann kann ich gleich noch eine Wabbel setzen. Oga ist auch weg. Warte. Ist er weg oder nicht? Also meinetwegen Wabbel und dann hoch. Wir können hochlaufen. Ja, aber er geht noch. Wir müssen so versuchen. Alles klar. Dann auch. Wir hoffen gleich nach. Lauf, lauf, lauf. Ach so, zwei Sprenger. Ich brauche erst noch gerade. Ich bin drin. Also wir sind eigentlich alle drin. Alter, da ist sehr viel schwere Muni. Mir gar nichts, aber ich habe noch sechs Schuss von der Synthese unten. Ich habe hier noch fünf Stück rumliegen. Ich habe jetzt noch sieben Schuss. Perfekt. Ich bin dran, dass jetzt gerne hier noch die verdammten Leibringen reingelatscht kommen. Nur nicht zu weit weg laufen. Ja, ich sammle jetzt nur noch einen Schuss einmal schwere Muni ein. Dann brauche ich keine Synthese. Setzt eigentlich bei euch auch hier immer so an dieser Stelle so ein bisschen die Nervosität ein? Nö. Nee, erst wenn man rauswirft. Ja, die uns in Nervosität kommt. Müssen wir erst mal, wenn es Krotha wieder rüberwacht. Ja, ja, klar. Derweil ein kleines Tänzchen. Go Krotha. Go Krotha. Genau. Go, go, go Krotha. Ich glaube, das war schon klappt mit dem letzten Schlag, oder? Also einen Schlag mehr und der war wütend geworden, glaube ich. Ja, das ist zu befürchten, das ist zu befürchten. Denkt lieber dran, dass ihr euch nicht ganz an die Scheibe stellt, ne? Weil von hinten kommen die Leib eigener. Richtig. Genau. Versucht euch so weit wie möglich auf die Kante zu stellen. Ja, links hinter dem Puller. Gammel da. Aber der wird die Wahrheit kennenlernen. Nicht als die Wahrheit. Der lernt die Galeran kennen und das ist die Wahrheit. Nein, ich ziehe auf dem Puller. Und? Rechts. Komm. Setz. Mann, lauf doch. Ich winke ihm schon mal. Ja, 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 jetzt hat's. Aber er stand zumindest halt. Boah, hier hätten wir noch eine Bubble. Ja, egal, wir haben nur einen Titan. Scheißegal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. So rum, ne? So, dann. Links hinterm Stein. Der ist gerade an links gelaufen, ja. Der Mitte. Hey, wie viel der aushält. Jungs. Ja, ich kenne ihn immer. Jetzt ist er down. Oh, fast down. Fast down bin ich. Oh, das ist... Damage. Du brauchst nur noch einen Schlag. Fast down, fast down, fast down. Ja, Mann. Effekt. Ja, Mann. Krotas vor zum nächsten Sparrow habe ich gekriegt.